Soho, let's go, ladies and gentlemen! Grüezi euch! Mein Name ist Beno und heute geht's neu! Neue, neu, keine Ahnung, neue Runde! Und diesmal besuchen wir den Schlenderman in seiner Villa! Mann, wieso kann er sich überhaupt ne Villa leisten? See, fix! Menschen! Zwölf Mementos! Und hier erstmal ne Engelstatue. Peace! Halt, ich hab echt ge... Oh! Oh, gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Na, ich... Na, ich geh erstmal runter. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, cool, ein Schlüssel. Hey, wir haben einen Schlüssel gefunden. Hey, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ah, den können wir doch bestimmt hier... Oh, ich hasse dieses Gewetter wie die Pest. So. Oh, das nenne ich doch mal einen Garten. Oh, und dann starten wir das Paradies. Wir starten in... Nein. Oh, Gott. Nicht cool. Uncool. Uncool. Einfach nur uncool. Ah... Hey... Huh, okay, was... Ah, wirklich. 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 Ich hasse Gewitter. Aber in diesem Spiel hasse ich die Gewitter ja noch viel mehr. So. Kann es sein, dass eigentlich in jedem verdammten Slender-Spiel irgendwelche Pin-Wände mit irgendwelchen... Was weiß ich, was das für... Uh, was... Uh, das sieht ja guselig aus. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Ich will hier alles hier abschließen. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh. Ah, ah... Ah... Wieso? Oh, nein, nein, nicht. Ganz schlecht. Oh. Ah, ah, oh Gott, oh Gott. Ich hasse die Karte. Ich hasse sie. Eine Bratpfanne. Los, komm her. Ich zieh deine drüber. Oh, peace, peace, peace. I can be peace, I can be peace. Ah. Ich rede schon wieder zu viel. Ah. Eine Weinfasche. Komm, wir besaufen uns Slenderman. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Ah, ein Bild von ihm. Oh, mein Gott, bist du knuffig. Ah. Schnell weg. Ah. Oh. Noch fünf, noch fünf. Alle guten Dinge sind fünf. Ah. Oh, Baby, oh, Baby, oh, 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 oh. Nicht gut. Baby, 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 oh. Oh, Gott, ich hab Joseph Bieber gesungen. Ich bin verrückt. Ah. Geh weg. Geh weg. Bitte. Sei lieb. Einfach lieb. Einfach lieb. Oh, er ist lieb. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay. Wir kommen in Frieden. Uh. Ziemlich creepy. Ah, er ist nicht da. Ah, gut. Ah. Ah. Ernsthaft. Oh, da ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Das ist so cool. Oh. Okay. Immer noch krank. Immer noch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wie geht's euch, Leute? Ah. Schöner Tag bis jetzt. Ah. Mein Gott. Ah. Blumentopf. Oh, Blumentopf. Ah. 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 Ich muss aufs Klo. Ich brauch Privatsphäre auf dem Klo. Ich brauch Privatsphäre auf dem Klo. Oh. Oh. Rechts. Rechts. Oh. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh. Teddy Bear. Elementary. Ah. Fucking. Hate it. Hate it's gonna hate. Oh, my God. Oh, God. Wir sind gut. Wir sind gut. Noch zwei Stück. Ah. Ich gehe lieber runter. Ah. 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 Okay, 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 okay. Chill. Chill. Chill, 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 chill. Oh, Tantier da stand. Ah. What the fuck? What the fuck? Nicht schon wieder das. Nicht schon wieder die Musik. Ah. Ich kann nicht eigentlich aus. Gänsehaut. Oh, God. Ich kann weg. Buh. Hahaha. Erschreckt. 19 von 12. Ah. Wir waren so gut. Und dann kam wieder diese Musik. Diese Musik des Todes. Ah. Mann. So. Jetzt geht's mir wieder besser. Ah. Blöde. Ich muss... Ich... Muss mich in dieses Spiel hacken und diese Musik mal durch eine richtig fröhliche Musik machen. Richtig schöne Musik. Nyan Cat. Genau. Das machen wir. Das ist viel besser. Und kann es nicht... Können wir... Wieso muss es eigentlich gerade... Uuuuuh. Ein gelbes Stäbchen. Uuuuuh. Ah, ich hab Angst. Ich geh lieber runter. Okay. Ah. Hey. Verdammt. War ja nicht ein Schlüssel? Ach. Verdammte Schütze. Verdammte Hacke. Mann. Wir waren so gut. Ist das ein Telefon? Ist das ein Telefon? Oh. 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 Dom, 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 Keks. Oh. Ah. Wirklich. Schalte dieses blöde Gewitter aus. Hier fixen. Oh. Oh. Aha. Ah. Bratpanne. Hu. Hu. Komm, ich zieh dir wieder ins Drüber. Darauf stehst du doch. Ein Schlüssel. Yeah. Hey, wir sind gar nicht mal so schlecht, oder? Kommt mir das nur so vor. Wahrscheinlich kommt mir das nur so vor. Kommt mir noch was nehmen? Nö, natürlich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Höh. Knopfig. Knopfiges Bild. Yeah. Ah. Ah. Gewitter. Ich hasse Gewitter. Wie die Pest. Einfach nur Pest. Oh. 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 Verdammt. Ist irgendwas? Oh. Oh. Ein Donut. Ein Donut im Klo. Natürlich. Ich esse immer meine Pizzen und meine Döners und alles auf dem Klo. Oh. Mann Gott. Diese Tür, die tötet mich doch beim Aufmachen. Okay. So. Like a boss. Wir gehen jetzt hier. Ah. Like a boss durch. Oh Gott. 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 Tötet uns nicht. Tötet uns nicht. Tötet uns nicht. Ich bin bewaffnet mit einer Bratpfanne. Und einem Blumentopf. Den Blumentopf zu holen. Ah. 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 Scheiße. Scheiße. Ah. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ah. Sei ehrlich. Ah. Hier. Der S-Stäbchen. Der S-Stäbchen. Ah. Ah. Dieses blöde Gewitter. Stell es aus. Sonnenschein. Ah. Das ist noch ein Stäbchen. Ah. 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 B. B. Ah. C. 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 Ah. Okay. Okay. Uuuuuh. Ah. Ah. Blumentopf. Wo ist der Blumentopf? Ah nein. Hier ist nichts. Komm. 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 Ah. Komm. Wir schaffen es. Drückt alle Daumen die ihr habt. Pfoten. Alles. 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 Oh. Oh. Ich glaube er hat mich. Ich glaube er hat mich angefasst. Ah. Ich glaube er ist ein Pädo. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen den Bären. Wo ist dieser Bär gewesen? Oh Gott. Oh dieser scheiß Bär. Oh dieser scheiß Bär. Uuuuh. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn du mich anfasst. Wenn du mich einmal anfasst. Dann gibt es so einen. Oh. 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 Lauf. 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 Hier ist ein Stäbchen. Hier ist ein Stäbchen. Gott. Wenn du mich anfasst. Wenn du mich jetzt anfasst. Wenn du mich jetzt anfasst. Wenn du mich jetzt anfasst. Dann gibst du einen auf die Klappe. Dann gibst du einen auf die Klappe. Lauf doch. Lauf doch einfach. Lauf. 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 Und verteil Stäbchen. verteilstäbchen ja ha 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 uuuh boss geh zock du Nase die zweite Karte die wir geschafft haben und es werde noch mehr folgen mein Zorn wird zu unmenschlich sein hu 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 so man diese Musik ist so laut ich habe mir eine feine Stelle ich hoffe es hat euch gefallen ihr habt mit mir mitgefiebert und war alles ganz cool diesmal haben wir es ihm gezeigt hier eins mit der Bratfunkel rübergezogen hu hu is the boss so na dann mein Name ist Ben und ich sage für diesen Teil und für diese Karte Menschen abgeschlossen abgehakt und ich sage tschüss bis zum nächsten Teil auf Wiedersehen tschüssi